so passt alles wie sein muss ja ja hallo leute ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem kanal ihr habt alle oder ich nehme mal an dass sie alle mein letztes video gesehen habt das über angst männer schmiede thema großes thema angst no coffee no cookie und da wollen wir uns heute noch mal drüber unterhalten denn ich habe ein feedback bekommen von einigen von euch dass ja so ungefähr lieber thomas ich habe dein clip angeschaut ich habe deine ratschläge gehört aber ich schaff es trotzdem nicht mein leben in griff zu kriegen ich stecke in meiner angst fest ich bin einem tiefen loch drin und ich komme da nicht raus ich kann trotz aller tipps und tricks von dir meine angst nicht überwinden es geht nicht es geht nicht darum geht es heute ich habe da noch ein paar anregungen für dich die vielleicht etwas unkonventionell sind aber ja besondere situationen besondere maßnahmen ihr seht schon ich bin niemand der hier aus einem sauberen sterilen ja raum heraus arbeitet ich habe mir einen spickzettel gemacht ja ala thomas gast und hier steht meines erachtens sehr viel wahrheit drauf ich habe sehr viel zeit verbracht heute die gestrige ganze nacht mal über das thema nachzudenken und ich denke dass mir hier das hier für euch vielleicht eine lösung da geht ja hauptsächlich um männer die ihre angst nicht loskriegen mein erster tipp an dich ist ja und der sehr brachial du musst deinen arsch hochkriegen ja binde dir deinen eigenen arsch selber hoch wenn du dir selber nicht hilfst dann macht das keiner ja das heißt der erste der erste anstoß der erste kick der muss von dir kommen der kann nicht von außen kommen und wenn du sagst du bist dir selber irgendwie nicht gut genug dir selbst diesen kick dir diesen kick zu geben aus ende gelände ja es wird nicht besser wenn du dich nicht selbst in den arsch trittst nein es wird höchstens schlimmer also warte nicht und mach das jetzt es geht darum deine angst zu überwinden und in in eine gewisse art von machermodus zu kommen machen etwas für mein leben deutsch ja nein das war eher türkisch aber das ist verständlich ja du musst in den machermodus kommen und sagen ich nehme mein leben jetzt in meine eigene hand das ist wichtig das war mal der erste ansatz der zweite ansatz ist da wurde viel gesprochen vom psychotherapeuten und so weiter und mein tipp um meinen ratschlag ist ja bin auch schon 62 jahre alt und durch einige dinge durch btbs und so weiter ich gesparte mir den rest ist dass diese menschen dir nur in den seltensten fällen heilung bringen können alles was dass du gesund bist oder gesund wirst daran sind diese menschen nicht interessiert kranke patienten sind manipulierbar man kann sie in ecken verschieben wo man denkt da gehören sie hin und das ist wie die heutigen medien ja du bist krank du brauchst hoffnung und du bist so manipulierbar und das ist es derzeit und das ist alles das heißt der weg zum psychotherapeuten den würde ich dir an deiner stelle gerne ersparen du musst andere wege gehen unkonventionelle wege gehen und glaub nur nicht glaub nur nicht dass du von diesem system das wir haben in unserer gesellschaft ich spreche vom obersystem ja dass du von denen hilfe bekommst denn aus diesem system in dem alles drauf passiert wir sind hier oben ihr seid hier unten euch halt mal still ja kohle machen versteuern versklaben verbieten und so weiter und so fort das ist das system und das hilft dir nicht du musst raus aus dem system du musst unkonventionelle wege gehen ja versuchs mal mit meinetwegen online online kongresse da gibt es online kongresse die können dir vielleicht helfen geh zu heilern geh zu coaches geh zu mentoren geh wege die nicht ordinär sind die nicht kommen sind die nicht alltäglich sind die nicht jeder geht gibt dir selbst einen kick in the ass ja so richtig mal einen hinten rein und sagt jetzt aber jetzt mache ich ran ich kriege mein leben in den griff und meine angst die werde ich die werde ich bändigen die werde ich bändigen damit sie mich nicht ständig unterm teppich hält dann gehe weg von dieser richtung psychotherapeut die wollen dir nur medikamente verabreichen ja und dann gehe weg davon vom glauben dass dir dieses system in dem wir feststecken seit jahrzehnten jahrhunderten dass dir das irgendwie helfen will oder helfen kann nein never never ist nicht aus dem aus dem gelände geh einen ganz speziellen weg ich habe es dir gesagt such dir einen geilen mentor männer coach der dir helfen kann der selbst unkonventionell ist ja such dir einen heiler hört sich alles so utopisch an und so heiler scharlatane nein das gibt es gibt es wirklich ja such dir einen geilen online kongress hier auf youtube gibt es sehr viele sachen wo man sagt als man kann man sich das mal anschauen und die haben auch wirklich was drauf diese burschen ja namen nenne ich hier nicht aber ihr könnt da selber drauf kommen wenn ihr mal ein bisschen googelt nachschaut bei youtube und so weiter und so fort männer männer sachen männer coach man only männer schmiede warum ich männer schmiede ja und so weiter und so fort das heißt du musst für dich und für das was du vielleicht für eine krankheit hältst angst neue wege suchen der anstoß muss von dir kommen gibt dir einen tritt in die arsch und jetzt marschier los mach was wenn du nicht in diesen machermodus verfällst hochkommst von deinem diwan dann schaffst du es nicht es wird schlimmer von tag zu tag ja und hör auf dich in deinem selbst mitleid zu schulen geht nicht ist nicht mach man nicht brauchen wir nicht du brauchst das nicht hör auf zu glauben dass dir in dem system in dem wir heute alle feststecken jemand helfen wird deine angst zu besiegen nein und wenn du eltern hast und ärzte hast und vielleicht irgendwelche menschen die dir helfen wollen die vielleicht aus gewissen branchen kommen ja habe ich schon genannt psychotherapie und so weiter und so fort ja psychologen vielleicht hör dir an was sie zu sagen haben aber hinterfrage alles mach dich schlau und recherchiere gut denn nicht alle sind da um dir zu helfen ganz im gegenteil jeder will sich selbst helfen jeder will sich seinen geldbeutel füllen jeder will dass von ihm gesagt wird hey ich bin der gag ich habe dem geholfen ich kann das ja darum geht es nicht es geht ausschließlich um dich und damit dir geholfen wird that's the point ja heute macht niemand mehr für dich was umsonst negativ aus die mausende gelände ja mein kanal hier ist umsonst ich bin hier für dich that's the point ja ja ich bin hier für dich die worte die ich an dich richte die sind kostenlos kostet dich nichts annehmen ist eine sache nicht annehmen ist deine sache aber hörst dir an die wahl triffst du was du machen wirst aus den worten die ich dir sage that's the point ja ich will dir helfen irgendwie auf irgendeine art und weise also gut jetzt gehen wir weiter zum nächsten themen ich habe ein paar themen aufgeschrieben zu dem thema angst ja und wie du da hoch kommst wie du da raus kommst ja ne andere seite angst lähmt die angst lähmt dich du hast gesagt die angst lähmt dich und du kommst nicht hoch in einen gewissen modus wo du sagst du kriegst das selber wieder in griff soll ich dir was sagen männer wir sprechen jetzt von männer wie alt werden wir männer 70 sicher 75 ja 80 möglicherweise 85 vielleicht 90 mit viel glück mit sehr viel glück ja das heißt wir haben eine natürliche uhr und die tickt die tickt tickt tack tickt hörst du das wie deine uhr wie deine lebenszeit tickt wie sie davon fliegt du hast nicht alle zeit der welt ja willst du deine lebenszeit damit verplempern angst zu haben in einem ständigen angst modus dich auf dieser welt auf dieser welt zu bewegen tickt tickt tack jede sekunde jede minute jede stunde lebenszeit geht dahin und du hast angst willst du nicht lieber deine lebenszeit damit verbringen happy zu sein geil drauf zu sein ein geiles leben zu führen oder willst du ängstlich deine lebenszeit verbringen oder willst du gar lebenszeit deine lebenszeit damit verbringen indem du es händisch in der hand hast ständig indem du dich auf dem divan rumlungerst indem du in die glotze schaust indem du nicht in dem machermodus kommst indem du ich bin mal die faule sau spielst ewig ständig nonstop nee junger mann kick in die ass deine lebenszeit geht flöten ja solange du nicht die entscheidung kriegst ich helfe mir selbst wird das nichts tick tack tickt die lebenszeit läuft sie tickt es ist dein leben verplempere dein leben nicht im angstmodus sondern komm in die gänge hilf dir selbst steh auf marschiere wandle marschiere mit dem kopf aller thomas gast that's the point ja und dann sage ich dir zum schluss noch was in den machermodus zu kommen und die angst ablegen mach das nicht für andere mach das nicht für deine mama mach das nicht für deinen papa mach das nicht für die gesellschaft mach das nicht für familie und kinder mach es für dich und dann macht das sinn denn es ist dein leben mach es für dich gönn dir das sei du dir so viel wert dass du sagst ich lege jetzt diese verdammte angst ad acta und aus die maus in die gelände ich steh auf hurra leben hier hast du mich geil that's the point ja das ist es und nichts anderes ja alles hier alles hier es ist alles hier es ist alles hier hurra und jetzt raus aus deinem angstmodus steh auf und mach tu es für dich tu es nicht für andere deine lebenszeit tickt nutze die zeit glaub nicht dass irgendeiner kommt und dir hilft und gib dir selbst einen Arschritt alles ist gesagt so und jetzt bin ich wieder nett ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben du wirst es schaffen ich glaube an dich ich glaube an dich du willst du kannst du wirst alles schaffen was du dir vornimmst hier steht es ok also ich wünsche euch allen Gesundheit ich wünsche euch allen geile Champagnerfäden und bleibt gesund amitierlich und ja dankeschön euer Thomas Gas bye bye no coffee no worky ja 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 mit ich mit